Norddeutscher Rundfunk Da müssen wir schnell mal kommen Schrei mir mal da Hier ist es! Handeil! Josch! Wir sind nominiert! Für was sind wir nominiert? Auch für die Cold Water Challenge! Joa, warte ein wenig! Ich kann gerade nicht! Ja, ich schau dich an, ich komme Scheiße! Ah, da ist eh schon der Landeplatz So land ich rein Hey, hey, hey Hey, hey, hey Wir sind nominiert! Ja, wirklich! Was haben wir? Nominiert haben wir! Nominiert haben wir! Geht schon, Kim Schauen wir da mal! Nominiert haben wir hier! Ja, wir sind nominiert! Ja, wir sind nominiert! Ja, wir sind nominiert! Geht sich auch noch aus! Oh, was ist denn so lang? So, liebe Schuhplatzler! Dankeschön für die Nominierung! Eten, Eten! Drei, Ne CC, собой! Eicht thin! Halt! Los! Wicht, der ist das Bad 38-Ju Boe! Ich hab' den Glü pokleniert schonчит Ja! Ja! Kapri! Das war's für heute. Sehr freuen wir gegeben für den Heimatverein Kuche, Tagschuh für die Nominierung. 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 Kaffee Kaffee Woa, an! Musik 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 Fangen wir mal an. Grüß euch, liebe Leute. Wir haben einen der nominiert worden zum Heimatverein Kuche. Ganz liebe Leute. Wir möchten uns auch bedanken beim Heimatverein. Ja, die Kluge dann sich selber bitte. Da fangen wir uns nix an. Und ja, fangen wir mal an. Wir haben drei Partien, die wir nominieren. Anfangen sind wir mit den Ara Kukula, dem Verein in Kuche. Der Landjugendkuche. Und als Letzte haben wir natürlich noch eine gute Partie als Kuche. Die Berge schützen. Dankeschön. Hat uns gefreut. Führt euch. Führt euch.